Oh Gott, ist das schräg. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ist Olaf Schubert eingeweiht und involviert oder fügt er sich zeitlupig natürlich in die Szenerie ein? Oh je. Das gefällt mir nicht. War das geplant, dass Olaf das macht? Nein. Das ist das Herz. Ich dachte, ich scheiße mir in die Hose. Und das schneidet ihr so nicht weg. Das muss man so sagen. Ich habe gedacht, jetzt haue ich mir einen Klops ins Frottee. Musik 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 Oh. Das war das schönste Kaffeetrinken, was ich je hatte. Musik 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 Musik